Was ist das Fest der ungesäuerten Brote? Was ist gesäuertes Brot oder Sauerteig? Der Sauerteig wird in der Bibel immer wieder hervorgehoben. Er wird mehr als 70 Mal erwähnt, von der Zeit Abrahams über das Leben von Mose bis hin zu den Geschichten der Königreiche, der früheren Propheten, der großen und kleinen Propheten. Jesus Christus sprach während seines Wirkens darüber und betonte es in der letzten Nacht vor seiner Kreuzigung. Aber warum? Weil Sauerteig ein starkes geistliches Symbol ist. Das biblische Buch, in dem der Sauerteig am häufigsten erwähnt wird, ist 2. Mose Kapitel 12. Dort wird berichtet, dass Gott Millionen israelitischer Sklaven in Ägypten befahl, das Passat zu feiern, indem sie Lammfleisch, bittere Kräuter und ungesäuertes Brot aßen. In der folgenden Nacht befreite Gott sie auf wundersame Weise und sie verließen Ägypten in voller Freude. In Vers 34 heißt es, dass sie ihren Teig nahm, bevor er gesäuert war. Sieben Tage später, als die ägyptische Armee sie verfolgte, teilte Gott auf wundersame Weise das Rote Meer. Die Israeliten durchquerten es trockenen Fußes und das zurückfließende Wasser vernichtete die Ägypte. Gott befahl seinem Volk, sich diese Ereignisse und ihrer geistlichen Bedeutung durch jährliche Feste zu erinnern. Passat bei Sonnenuntergang, der Auszugsabend bei Sonnenuntergang und das Fest der ungesäuerten Brote an den folgenden sieben Tagen. Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen und am ersten Tag solltet ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen, denn wer vom ersten bis zum siebten Tag gesäuertes Brot isst, dessen Seele soll aus Israel ausgerottet werden. Für diesen Tag habe ich eure Heere aus Ägyptenland geführt. Das sind die Verse 15 und 17 von 2. Mose. Jüdische Gläubige halten immer noch eine Form dieses Festes ein, aber eigentlich ist es für die Kirche Gottes heute vorgeschrieben. Der Apostel Paulus schrieb an die neutestamentischen Christen in 1. Korinther 5, Vers 7 bis 8, Christus, unser Passer, ist für uns geopfert, darum lasst uns das Fest halten, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Brote, Aufrichtigkeit und Wahrheit. Die Christen des Neuen Testaments halten das Fest der ungesäuerten Brote. Das können sie auch in Apostelgeschichte 20, Vers 6 sehen. Der Sauerteig ist nicht von Natur aus falsch, ungesund oder böse, aber während dieser einzigartigen, einwöchigen Periode benutzt Gott den Sauerteig, um die Sünde darzustellen. Gott befiehlt, dass wir ihn während dieser Zeit aus unserem Leben entfernen. Jesus warnt in Matthäus 16 vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzeer. Der Apostel Paulus wies in 1. Korinther 5, Vers 6 bis 7, auf den Sauerteig hin. Euer Ruhm ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Klumpen durchsäuert? Den ganzen Leib durchsäuert? Darum treibt den alten Sauerteig aus. Die Bibel stellt eine Verbindung her zwischen der Art und Weise, wie der Sauerteig den Teig aufbläht und der Art und Weise, wie die Sünde sich ausbreitet und unser Leben durchdringt. Es braucht nur eine Prise Sauerteig, um einen ganzen Leib zu säuern. Es braucht nur eine Prise Sauerteig. Und es braucht nur einen einzigen Kompromiss, um unser Leben mit Sünde zu füllen. Sünde bedeutet Gottes Gesetz der Liebe zu brechen. Wie es in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4 und in Römer 13, Vers 8 bis 10 nachzulesen ist. Sünde führt letztlich zum Tode. Und das wissen wir aus Römer 6, Vers 23. Jedes Teilchen menschlichen Versagens und Leidens wird durch das Brechen von Gottes Gesetz verursacht. So wie Versagen und Leid durch das Brechen der Gesetze der Biologie, Chemie und Physik verursacht werden, wenn sie die Sünde in ihr Denken eindringen lassen, bereitet sie sich schnell von einem Bereich ihres Lebens auf einen anderen aus. Sie durchdringt sie auf subtile Weise mit Egoismus, sie bläht sie mit Eitelkeit auf und es bedarf des wunderbaren Eingreifens, es bedarf eines Wunders Gottes, in Verbindung mit ihrer Anstrengung, um die Sünde aus ihrem Denken zu verbannen und sie vollständig fernzuhalten. Genau wie bei den alten Israeliten konzentriert sich Gott während der Tage der ungesäuten Brote auf das Entsäuern. Wir entfernen jeden Krümel Brot mit säuernden Zutaten wie Hefe, Backpulver und Natron aus unseren Häusern, unseren Arbeitsplätzen, unseren Fahrzeugen und aus jedem Winkel unseres persönlichen Besitzes. Dies symbolisiert, dass wir unser Leben von jedem Stückchen Sünde befreien und sie fernhalten. Die physische Entsäuerung ist keine leichte Aufgabe, aber es ist auch nicht leicht, die Sünde aus unserem Leben zu entfernen. Es kostet viel Mühe und Schweiß, seine Besitztümer zu entsäuern, genauso wie es ein ständiger, lebenslanger Kampf ist, die Sünde zu entfernen und sie draußen zu halten, wenn sie sich unweigerlich wieder einzuschleichen beginnt. Das Entfernen des Sauerteigs alleine füllt jedoch nicht vollständig das Gebot. In 2. Mose, Kapitel 12, Vers 20, sehen wir, dass sieben Tage lang wir nicht nur den Sauertag meiden sollten, sondern wir müssen auch das ungesäuerte Brot essen. Das ungesäuerte Brot steht für Gottes Weg, der Aufrichtigkeit und Wahrheit. Dieses Brot symbolisiert Jesus Christus selbst, das Brot des Lebens. Das Brot, das wir essen müssen, wenn wir das ewige Leben ererben wollen. Und das können wir in Johannes, Kapitel 6, Vers 35 und Vers 48 nachlesen. Wenn wir es zu uns nehmen und Christus in uns hineinlassen, verwandelt er uns in einen neuen und anderen Menschen. Dies ist eine weitere schöne Lektion der Tage der ungesäuerten Brote. Für das Volk Gottes von Mose und den Israeliten über David und das Königreich Israel bis hin zu Jesus Christus und seinen Jüngern und den Christen des Neuen Testaments durch die Jahrhunderte hindurch ist das bedeutungsvolle, spannende und inspirierende Fest der ungesäuerten Brote einer der größten Höhepunkte des Jahres. Um mehr über dieses jährliche Heilige Fest zu erfahren, lesen Sie 2. Mose, Kapitel 12 und 13 und beantragen Sie unsere kostenlose Broschüre heidnische Feiertage oder Gottesfesttage. Sie können auch einen Taschenkalender für die Feiertage herunterladen oder beantragen, den wir Ihnen kostenlos und ohne Versandkosten zukommen lassen. Natürlich können Sie wie immer die Literatur erhalten, indem Sie zu unserer Webseite dieposaune.de gehen und die Literatur unter der Literaturleiste beantragen, in Ihren Warenkorb legen und es wird Ihnen ohne Versandkosten und ohne Nachfragen zugeschickt. Und wie immer können Sie uns auch unter der E-Mail-Adresse info.dieposaune.de das ist info.dieposaune.de erreichen Also, lassen Sie uns wieder einmal bis zum nächsten Mal all danach streben, von jedem Wort Gottes zu leben.